Willkommen auf dem Video. Dies ist eine Präsentation des Produktes Teleskoper TSO-PTICS Neftun Spiegelteleskop. Nicht nur die hochwertige Optik, auch die optimierte Mechanik sind die Voraussetzung für eine gute Abbildung. Die dünnen Fangspiegelstreben steigern den Kontrast und die Schärfe. Gerade die Zentrierung von Objekten aber auch die genaue Nachführung wird bei Dubsen-Teleskopen von Hand erledigt. Eine genaue und ruckelfreie Verstellung muss also gewährleistet sein. In der Höhe sorgt eine Feder für einen geregelten Anpressdruck. So ist garantiert, dass sich das Gerät bei einem Okularwechsel nicht unbeabsichtigt verstellt. Dieses Video ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, durch Werbung und Links zu Amazon Amazon Deutschland. Für weitere Details und eine sehr viel auf Amazon Deutschland klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten. Danke fürs Zuschauen.